SPECIAL Ja! Ihr kriegt ein Special an diesem Samstag von der Menschenkette hier in Dessau anlässlich der 70 Jahre Bombardierung Dessau wo Dessau zu 80% zerstört wurde und zu diesem Anlass marschieren die Nazis immer hier in Dessau und wir als Menschenkette mit dem Slogan Bund statt Frauen werden jetzt das zu verhindern wissen. Ich treffe mich gleich noch mit Freunden, um damit zu wirken und dann werde ich euch das einfach mal zeigen und gleich losgehen auch mit meinem Freund und naja, dann zeige ich euch das und wünsche euch dabei viel Spaß das zu gucken. Bis dann! Tschüss! Bund statt Braun, die Menschenkette in Dessau und dann später haben wir mit dem anathenischen Theater noch gesungen We are the world und Oda an die Freude sehr harmonisch und ich schwenke nochmal ein bisschen in die Runde hinein und zeige euch wie viele Leute da waren und mein Freund ja und da ist auch ein Plakat der so Bündnis gegen Recht Extremismus, man hat viele Schilder mit gehabt und ja, es war einfach so eine Verbundenheit die man jetzt so schön sieht, weil jetzt singen alle und da hören wir rein Später dann gab es einen demokratischen Spaziergang an der Menschenkette entlang und da habe ich einen Lala entdeckt, den ihr gerade gesehen habt. Und das war übrigens im Rahmen einer Radtour um die Menschenkette herum und da bin ich auf der Suche gegangen nach Tiki, Wigi, Dipsi und Po und da sind sie ganz versteckt, auch mit einem Behindertenwerk in Zusammenarbeit, diese Fahrradtour und dieser Lauf. Und jetzt zeige ich euch noch meine letzten Eindrücke von der Menschenkette an sich. Ich fand es sehr schön, dabei gewesen zu sein und das waren meine Eindrücke vom siebten Tiermenschenkette in Dessau. Tschüssi!